Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghostbush Crew in Whitelands und jetzt kommt der Storyansatz. Der Butchon ist ein amerikanischer Staatsbürger namens Marcus Jensen. Er will zu einem Treffen auf dem Hexenmarkt. Schnappen Sie ihn und bringen Sie ihn mir. Mit Verknieschen. So, der Hexenmarkt. Ist das ein Mittelalter fest oder was? Wahrscheinlich nicht. Wobei, warum eigentlich nicht? Also, muss ja nicht nur Europa sowas haben. So. Es sind auf jeden Fall eine Menge Feinde. So. Das war's für heute. Hexenmarkt. Ja, wahrscheinlich. Hexenmarkt. Aufhören. Ich bin Wissenschaftler. Hände hoch. Ich will die Hände sehen. Sofort. Scheiß Faschisten. Sie haben kein Recht. Ich bin Amerikaner. Bleib wo du bist und Hände über den Kopf. Ich will mich nicht wiederholen. Ja? Oder was? Greife Tango's ein. Heiße. Jensen entfischt uns. Der Leutnant, hau da. Shit, Deckung. Nimm deine Scheiß-Wix-Griffe weg! Nochmal sowas und ich schieße dir eine Kugel durch beide Beine. Kapiert? Klappe zu und los. Tango ist tot. Sauber. Feuer, Feuer, Feuer! Verdammte Scheiße! Ähm... Shit, ein Scharfschütze! Ähm... Wo ist mein Hubschrauber? Da? Ja, da vorne, genau. Was war das gerade? Heli im Anflug. Scharfschütze in Deckung. Wo denn? Auf jeden Fall ein Scharfschütze, der... Ach, da oben. Au! Ich gehe einfach mal raus und rum. Aha. Ich gehe einfach mal raus. 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 Na gut. Ja, hab ich fein gemacht. So. Da war ja klar, dass da ein Hinterhalt ist. Es reicht, Jensen. Wir wissen alles über Sie und das Kartell. Eins ist mir nicht klar. Sie sind doch Wissenschaftler. Also, was in aller Welt machen Sie auf einem Hexenmarkt? Für Kokain braucht man nicht nur Lösungen und Reagenzien. Ich mach's jedenfalls anders. Ich hole Pulver von den Bruchos, die den Prozess verlängern und das Resultat verbessern. Ja? Und weiter? Und gar nichts. Das ist ein Firmengeheimnis. Wenn ihr mein Rezept wollt, müsst ihr bezahlen. Klar? Ja? Der checkt irgendwie auch nicht, wie das hier läuft. Aufhören! Ich bin Wissenschaftler! Hm. Dann wollen wir mal sehen. Äh, ja. Was die so machen jetzt. Sie können mir gar nichts. Verstehen Sie? Sie haben hier keine gültige Rechtsgewalt. Und selbst wenn es so wäre. Ich bin hier als US-Bürger mit gültigem Arbeitsvisum. Sie begünstigen die Herstellung einer illegalen Substanz. Eine illegale Substanz, die von Mördern und Vergewaltigern verkauft wird. Nicht mein Problem. Ich halte niemandem eine Waffe an den Kopf. Ich zwinge niemanden, Drogen zu nehmen. Das entscheidet jeder selbst. Das macht die persönliche Freiheit doch aus. Wie Sie meinen. Schießen Sie dem Wichser in den Kopf. Halt! Was soll das? Sie haben Recht, Markus. Wir haben hier keine Polizeigewalt. Also nehme ich mir meine persönliche Freiheit und bitte meinen Kollegen, Ihnen das verfickte Hirn wegzupusten. Halt! Wollen Sie was sagen? Hey! Hören Sie! Können wir uns nicht irgendwie einig werden? Aber sicher. Sagen Sie mir, was ich wissen will und wir jagen Ihnen keine Kugel in den Schädel. Fuck! Okay! Schön! Ich sag Ihnen, was Sie wissen wollen. Na also, geht doch! Ah! Ich lege an! Scharfschütze zielt auf uns! Echt jetzt? Ich lege einmal! Jajo und Gringa sollten also die Produktion steigern. Sie behaupteten, ihr Bestes zu tun. Ich war wohl nicht deutlich genug gewesen. Ihr hattet sein Leben in der Hand. Und dies ist das Resultat. Ich kann das nicht mehr. Lass mich bitte einfach gehen. Ich schwöre, dass ich niemandem etwas hiervon erzählen werde. Mal glaube ich, du nimmst mich gar nicht ernst. Nächstes Mal zeige ich dir, wie ernst ich sein kann. Hm. Okay. Also, den da, der ist kacke. Und die Frau ist gut. Genau. Zwischenboss. Ähm. Ich glaube, die können wir, ähm, retten. In Anführungsstrichen. Ähm. Beziehungsweise auf unsere Seite ziehen. So. Das war auf jeden Fall hier. Das da. Warte. Dann. Gibt es noch die da? Dann die da, die da, die da. Ach. Ja. Aber viel, viel gibt es nicht mehr so. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Naja. Und wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sehr schön. Also, sind wir vorangekommen. Gut. Hier ist Bowman. Exzellente Arbeit in Libertad. Mit Jensen haben wir die Ausbildung in der Provinz lahmgelegt. Und ohne die Grundstoffe von Viabigas ruht die Produktion. Das wird das Kartell jeden Tag Millionen kosten und trifft es an einer empfindlichen Stelle. Verstanden. Vielen Dank. Wir begeben uns zum nächsten Einsatzort. Der nächste Einsatzort wäre wo? Ich will, ähm, ich will jetzt mal den El Muro, ähm, ja, töten. Kingslayer Akten, sechs von sieben. Da haben wir noch nicht genügend Informationen, um den festzunehmen wahrscheinlich. Dann holen wir uns mal die Kingslayer Datei von da. Genau. Das da, Schrotgewehr brauchen wir nicht. Sturmgewehr haben wir eigentlich auch nicht. Wir sind gerade da. Dann holen wir uns die beiden, also die beiden Waffen und dann holen wir uns die Kingslayer Datei. Vielleicht erzählen wir uns irgendwas, was wir noch wissen müssen. Deh, 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 deh. Da. Ja, genau. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was? Zu deinen Stiefeln? Das ist ein großes Magazin. Was für Stiefel hast du denn? Alles sauber. So, dann hier oben. Ich fahr schon mal los. Fangen wir. So. 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 dann sie den Sender kommen machen wir das was was ist los bei denen? der Aberglaube der Menschen kann wirklich sehr schräg sein eröffne das feuer ziel eliminiert die leute am feuer sehen wie flüchtlinge aus bei den ganzen bränden der unidat und dem kartell gibt es wohl viele gründe warum diese jungs schlecht schlafen noch gehts sauber alle in ordnung granaten fliegt schlafen 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 an sich ist das ziemlich easy mit den ganzen Rebellen hier das war's das sollte die Rebellion anheizen gut das war's alle okay wohl alle okay ach ich wollte noch die Gangs Slayer Datei wohl wartet die habe ich doch schon ah ne andere okay na ja also mit den ganzen Rebellen ist das verständlich sehr einfach wenn die Rebellen weiter gewinnen gehört ihnen bald die ganze Provinz mhm auch wenn wir hier vergessen die ja dann halt nicht was wir für sie gemacht haben gut Zeitungsartikel aus der Weltschance über ein Überfall auf die Ölförderanlage in Libertad die Elftode und ein und Dutzende Verwundete förderte die Ölförderanlage in Libertad werden von Staatsunternehmen via Begas betrieben deren Leiter Santa Blanca chemische Grundstoffe für die Kokain Produktion liefert ähm ja dann hat es dann also entweder waren wir das aber wir waren es eigentlich nicht weil wir nur äh also wir töten ja nur die Bösen ungefähr und wir verletzen niemand ähm und also ja wahrscheinlich hat äh dann ein ein äh ähm eine Abteilung dann ja sehr schön ähm gut dann würde ich sagen ähm heute mal ein bisschen kürzer ähm nächste Folge werden wir mal schauen ob wir ähm diesen kleinen El Muor töten können wenn nicht dann äh facken facken machen wir hier weiter wir sagen macht's gut Bye Bye im Liv be bananas Untertitelung des ZDF, 2020